Anders ist heuer vor allem, dass wir eine relativ neue Crew haben, das heißt es hat sich schon beim Teamtreffen gezeigt, dass wir da praktisch fast von Null weg beginnen müssen, das RAM zu erklären, die wichtigsten Passagen, Regeln und Umstände auch durchzunehmen. Christoph startet heuer das siebte Mal. Wir können auf gewaltige Datenmengen zurückblicken, wir haben die gemeinsam analysiert, haben gesehen, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist und das ist sicher unser großer Vorteil, dass man aus diesen Dingen, wo man einfach gesehen hat, was nicht ganz optimal gelaufen ist, dass man das jetzt dieses Mal optimieren werden. Ich bin da gerade unterwegs Richtung Kutschala, ein Pass, der auf ca. 3100 Meter Höhe führt, man merkt auch schon, die Luft ist ein bisschen dünn. Deswegen heuer erstmals Höhen akklimatisieren in die Berge und einmal die Etappen anschauen, die ich sonst nur im Rennen erlebe, was mir eigentlich schon ziemlich mittelmäßig geht und heuer das einmal echt genießen können, die Berge anschauen bei kleinem Verstand, bei guter Laune und das hat mir sicher sehr viel gebracht und dann war ich dann noch wie gewohnt eine Woche in Borrego Springs, wo ich mich an die Hitze gewöhnt habe und jetzt habe ich echt ein gutes Gefühl. Mein Ziel ist ganz, ganz klar definiert. Ich möchte ins Ziel kommen, das ist einmal das Wichtigste und wenn ich zurückdenke, 2015 ist ja das nicht gelungen. Es ist also nicht selbstverständlich, auch wenn man schon das Rennen dreimal gewonnen hat, dass es immer gut geht. Also ins Ziel kommen und dann möchte ich zurückschauen auf 8 Tage, wo ich mein allerbestes gegeben habe in jedem Moment, wo ich gekämpft habe, wo ich meine beste Leistung abgerufen habe, wo ich nicht irgendwie taktiert habe oder auf die anderen geschaut habe. Und ich möchte im Ziel einfach mit keiner Energie mehr überankommen, ich möchte alles geben und dann ein gutes Ergebnis feiern. Unvorstellbar ist, also wenn man sich das am Papier anschaut, würde man gar nicht glauben, dass so etwas möglich ist. Diese Stunden am Rad, dieser weniger Schlaf über all diese Tage, wahrscheinlich ein Blatt Papier würde man sagen, das ist nicht möglich. Wenn ich sehe, wie alle motiviert sind, dann mache ich das nicht nur für mich, sondern ich mache es für mein Team und auch für viele Leute, die mir da zuschauen, die mitfiebern, die mit dabei sein, für die ich ja irgendwie ein Vorbild und eine Motivation bin und das gibt mir sehr viel Kraft und dann kann man wirklich bis an seine Grenzen gehen. 0.06.2020 0.06.2021 0.07.2020 0.08.COM 0.09.2019 0.07.2020 0.07.2020